So, nächster Teil. Schauen wir mal wieviel Teile. Ich glaub es wird auch noch werden. Ja wahrscheinlich schon. Also, ich hab definitiv da in der Zwischenzeit eineinhalb Spiele durchgespielt hab, wahrscheinlich da alles vergessen. Sind das Tauntauns? Nein. Das sind fällige Verwandte. So, genau. Wir sind ja da irgendwie angekommen. Genau, da war das große, merkwürdige Vieh. Da haben wir uns durchgetroschen. Und da wollen wir hin in diese Stadt. Um wen oder was zu finden? Weiß ich nicht mehr. Um wie zu finden. Genau. Warte mal. Ah, genau. Das war ja ein Controller-Game. So, wir arbeiten mit so viel FPS, dass wir die Grafik übersetzen werden. Raytracing anmachen. Anmachen? Macht das die Sache nicht doch schlimmer? Ja. Es ist an. Ich halte es mal aus. Oh! Fast 10 FPS mehr! Ah ja, Leidsever, Stunts, das interessiert mich nicht. Gut. So, wie wechselt man noch gleich die Schwerter? Ah, mit Richtung Star. Das ist kaputt, na? Hast du es gerade gesehen? Oh, nö! Ich habe gerade selbst ein Lichtschwert jetzt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es wird gut, dass Grise wieder in einem langen Zeit sehen. Vielleicht weiß er, wo die anderen endet. Was ist das so witzig, find? Der sprintet da mit dem Oberkörper so dermaßen weit vor, glantlos, gell? Mhm. Es endet mir jedes Mal darin, kennst du das, wenn du in einem Traum versuchst, panisch irgendwo loszulaufen? Und du arbeitest richtig rein, landest die Fuhren mit allem, und du kommst nicht voran. Genau so schaut es aus, wenn der sprintet. Der sprintet in fucking Melasse, alter. Der sprintet. Du wirst antworten. Und man kommt einfach nur langsam voran. Schön. What the fuck? What the fuck? Quick and useless. Hat er nicht gesagt, alter. Quick and useless. Jawoll. Quote Party. Ja. Der Herr guckt mit der Hand am Württel. Das. We cannot do. This. Thing. Sold us. A preisless relic. The key. We have been searching for. Except. Of course. It's fake. Queen is not the newest. I thought it was the real deal, Ravis. Honest. Oh. I believe you. But mistakes like these cannot be tolerated. Let me be a reminder of what happens, when you cross the Betlem Raider. And what happens, when you die, the boss is done. Is that right? No! No! I don't! I don't. I'm like it. No! I'm like this. I was going to. ein Jedi Remind our friend here why is God and they're supposed to be dead this is the mistake for the... the can we call on he is kapot Impressiv. Der nächste Mal, wenn du einen Kampf möchtest, du gehst durch uns. Ah, was ein Vergnügen zu sehen, einen von deinem Kind in action, nach all diesen Jahren. Das ist ein Arschloch. Wenn du deine Hand aufhörst, dann werde ich aufhörst. Das ist ein Arschloch. Ich sehe dich. Das ist er, Doma. Das ist derjenige, Doma. Das ist derjenige, der auf die Bedlam-Raiders kam. Okay, das ist genug, Tergel. Tergel? Get over hier. Du bist Doma? Ja, ich bin. Du hast einen Namen? Jedi? Ich bin Kal. Ja. Das ist ein Speedy-One. We, äh... ...appreciate, wenn du das gehalten hast. Hier auf der Frontier, der einzige Weg, wie wir überleben, ist, indem wir zusammen zusammenhängen. Das ist richtig. Du musst nicht nur jetzt instehen, aber du hast es. Ja, du hast es. Der Frosch ist super. Wir halten dein secret safe. Kal. Ich bin sicher, dass wir beide von ihnen benötigen können. Ich bin sicher, dass wir uns nicht mehr von ihnen benötigen können. Ich bin sicher, dass wir uns nicht mehr von ihnen benötigen können. Und jetzt aber. Ab in die Cantina. Ja, Tergel ist super! Ja, Tergel ist super! Ha, 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 ha! Hm? Tergel ist super! Oder was loompen! Oh, die zwei loompen! Oh, die zwei loompen! Na gut, also dann! Ich spür halt immer noch derbe ruckelt, alter! Wie so als... Also ich glaube, manches vom Ruckeln, weil bei mir hat es nicht ganz so sehr geruckelt. Ich meine, wenn die nicht aufnehmen und streamen gehen, geht es deutlich besser. Das kann sein und äh... Ich habe es halt auf der sehr schnellen SSD. Und wenn man in neue Gebiete reingeht, dann lädt es halt unglaublich viele Daten. Timmt, ja. Bei mir lag es auf der SSD, ja. Der Kiebel schaut aus. Ja! Ja, ja! 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 Vertically challenged! Wie gut! Ja! 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 Du kannst nur hier raus, du sonnige Böcklinger! Oh mein Gott, mein Kind! Hi. Lass mich mal an dich. Ja, ich kann dich nicht in die Griesen sehen. Hey, hast du ihn geholfen? Hast du den Mannes geholfen? Na, äh... Wir gingen in ein paar Probleme an unserem letzten Job. Welcher Probleme? Imperialen. Oh, ja, ich sollte es gewusst haben. Sie haben auch über Kobo geholfen. Gyros wird auf der Mantis geholfen. Wir brauchen deine Hilfe, um wieder zu gehen. Ja, sicher, was du brauchst. Komm mal, hol mal ein Seat! Hör, Monk! Geh meine Freunde etwas zu spüren! Refreshments! Ein schlusser Monk kommt sofort hin. Ein schlusser Monk? Aber wenn Griesen vertikamente versammelt nennen ist hart. Ja, das ist einfach hart. Ja, das ist einfach hart. Ja. Nein, er hatte nichts zu spüren. Denen sind Silberarm. Okay. Da gibt es doch irgendwie ein Comic-Team. Zwischen den beiden Spielen spielen. Ja, du arbeitest da für Sao Guerrera, du Depp. Ja, du arbeitest da für Sao Guerrera, du Depp. Das später. Ich habe noch nicht das gleiche seit der Team-Splitter. Ja, hey, wir hatten ein paar gute Zeiten, nicht wir? Ich, du, die Spacewich, Seer. Hast du mit ihr gesprochen? Maren ist immer auf der Weg. Explorieren neue Plätze. Mögen neue Freunde. Ich war über Seer. Nein. Es ist schon lange. Du? Ja, ihre Kredite hat uns geholfen lassen, aber sie hat noch nicht besucht. Sie ist sehr beschäftigt mit diesem neuen Projekt. Hey, Kal. Warum solltest du ein bisschen relaxen, bevor wir die Manis fixieren? Die Galaxie kann ein paar Stunden warten. Ja, wir sollten wahrscheinlich weitergehen, als wir fertig sind. Ich habe eine spare room in der Basement, speziell für dich. Du solltest es schauen. Oh, wir haben einen Hub. Okay. Danke, Grease. Nein, überhaupt keinen Hub. Du bekommst doch die Idee. War nur so. Warte mal, der Sessel ist ja zum Dings zurückgeschraubt. Alter! Grease! Wo ist der Raum wieder? Der Raum? Oh, Kind. Du sollst es lieben. Ich geh einfach weg von dir. Oh, schau. Spacescheißhaus. Ja, Mann. Es schaut strange aus, aber was sollen wir machen? Man muss ja für alle Genitalien bereit sein. Aber es ist ja viel wichtiger. Ich habe Klump der Kröck. He, he, he. Nice. Spacescheißhaus. Das sind die guten Reflektionen. Warum werden die Reflektionen besser, wenn du nicht auf den Spiegel schaust? Das ist eine gute Reflektion. Hä? So. Jetzt machen wir Scheißhaus. Sehr gut. Die Bar boomt. Aber gut, auf dem Planeten ist er wirklich nicht wirklich los. Hm. Was hat er weggebracht? Kein Blaster in meinem Gesicht. Kein Blaster in meinem Gesicht. Kein Sprecher und schreites Blutmörder. Oh, ein süßes Droid. Das ist BD1. Ich bin Cal. Ja, niemand kennt mich hier. Niemand hat mich gesehen. Ich stell mir mal bei jedem vor. Hey, du bist der größte Vollidiot, den es gibt. Oh. Was ist das? Stage. Das ist ein blauer Wegflieger Elefant, wird auch gerade mit der Pfingst zu rennen. Das kann nicht auf die Kode sein. Auch hier auf der Frontier. Gong Troide. Wuh. Gong. 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 Ah, jetzt. Wow. Great's really outdid himself. Das schaut nice aus. Ich mein, ich freier mir auf meine Werkstatt, wenn wir den Deppich verlegt haben, da kommen wir ja Kistenweise Plastikpflanzen rein, da wird es eh nicht ausschauen. Hm. eine space ukulele wir haben wir das outfit anlegen der kopf ist doch jetzt schon wütend das ist das ist zu nah grüß das ist zu nah grüß das ist zu nah grüß das ist Ich weiß nicht, dass da ein spare gyro hier irgendwo ist. Wir haben viel Zeit, um den Mannisch zu fixieren. Du bist das, was ich zu sprechen. Ich bin gut. Die schneller wir gehen, die besser. Und dann, was? Du gehst mit Saul Guerrera? Vielleicht. Ja. Wir müssen uns weiter kämpfen. Das ist lustig. Das ist das gleiche, was du gesagt, den Tag wir alle verletzten. Ja, weil ich... Listen. Ich weiß, dass ihr alle eure Reasons habt. Aber der Weg weg ist nicht eine Option für mich. Ich muss die Linie halten. Und wo ist das Gania, Kal? Ich wünschte, dass Dinge anders waren. Aber du immer verlierst die Leute. Und du sagst, dass das Empires wird immer stärker. Jetzt vielleicht ist es Zeit, für dich zu sein, als ein Lichtsaber zu sein. Ich denke, dass ihr euch selbst verletzt. Settet, find ein Haus. Was? A Haus, Grease. Es ist kein Haus. Das Haus war die Ordnung. Es war mein Lehrer. Es war mein Lehrer. Es war alles, was ich verloren. Was ist das, was ich mich verletzt? Was ist das, was ich mich verletzt, wenn ich einfach, und ich einfach, und ich meine頭 in die Sitzung? Was ist das, was ich mich verletzt? Ich weiß, dass du eine schlechte Hand warst. Aber du musst es von mir nehmen. Du musst es von mir nehmen. Du musst es wissen, wann zu gehen. Du musst es wissen, du wirst, etwas, was du niemals verletzt. Alles klar. Ich will dir etwas zeigen. Was ist das, was du willst? Das ist ein Schmuckluss-Tutnel. Es kam mit der Kanteine. Natürlich. Jetzt gehst du und schau. Ich habe viele sparete Sachen dort. Ich bin sicher, dass du es kannst, was du brauchst, um das Mann zu fahren zu gehen. Danke. Ich erinnere mich. Karl, kann ich dir etwas sagen? Es ist wirklich gut, zu sehen. Ja, du auch. Grease. Ich denke, was du gesagt hast. Hey, äh, schau dich nach unten. Sei vorsichtig. Ich habe definitiv ein Pestproblem. Eine gute alte Space-Kantina. Konnte überleben ohne Größe. Ich habe einen Geister-Module. Das ist ja sehr. Pigi, der ist meinen Keller-Gelung und Trattetil. Echt so, ja. Es wird immer eins von den neuesten Sachen, dass wenn du das Schwert siehst, dass das die Lichtquelle ist. Ist das eine Space-Katze? Ich denke, das ist eine Loaf-Kat-Eigenschaft. No way out. Ja, danke dafür. Bonk. Du bist ja süß. Es gibt übrigens einen Foto-Modus, mit dem du dich mit der Kamera frei bewegen kannst. Echtes? Ja. Das ist doch alle leicht gecheatet, oder? Im Escape-Menü. Ha? Im Escape-Menü. Ja. Da gibt es, glaube ich, irgendwo einen Foto-Modus. Hauptsache. Wo ist es. Dann wird es. W-Wha-F-S.? W-Wha-F-S. W-WHA-F-S. Ich bin sicher, wir sind hier raus, Junge. Wir haben die Tunnel seit einem langen Zeit. Geh, du fahrst doch. Wenn ich innen netz bin, dann haben wir auch keinen Grund, mir anzuknabbern. Ist jetzt noch was, oder ist das einfach nur die... Ich glaube, das haben wir aufgeklaupt und ja... So, machen wir das nochmal. Das ist der Pestproblem, das ist das Problem, dass das ganze Ding auseinanderfällt. Was kannst du? Junk. So. Da Grease ja eine Kantine hat und er nur Junk kann. Oh nein. Ist das dann Junk-Pood? Nein, Bane. Das tun wir nicht. So. Was an der Tastenkombination, ob wir noch besser ein Enterhaken machen können. Und natürlich ist das das Teil, was wir brauchen, ne? Der Enterhaken beim Left Trigger kann stellen, wo es geht. Ja. Ja. Das war schon ja. Ein Zylinder! Oh no! Ja, er ist der, Jim. Und natürlich ist da Tempel. Ja, Tempel. Was für ein Jedi-Spiel ohne irgendwelche antiken Ruinen. Das ist ein Jedi-Spiel super. So, für String-Skills. Da haben wir ein paar Pünktchen. Manhattan-C Discuits. Ja, Clyde. Nein. Aber nur beim Sondag. Aber es ist auch einfach schon mal Island. Nein. ают. Euerang. Ah, ne, wo hast du mir die Skillpunkte schon ausgeben für das andere Ding? Guti! Äh, Restskills leave. So. Oh, damit die quasi alles verholen muss ich resten. So. Okay, ich bin bereit. Es ist mir fast an die Jedi-Trainingsgründe. Es fühlt sich anders. So. Ich hab halt der Sprung. Oh, yes. Na. Voll schreckt um, du... Das war alles geplant. Oh, was kann ich da hinten? Ach, lol. Moment, was? Lol! Da wollte ich gar nicht hin, aber da hab ich... Geil! Ben, bin ich gut oder bin ich gut? Alter! Du bist glücklich! Ja! Nein, schon wieder! Jetzt hör mal auf mit... Du Arschloch! Was heißt das? Alter, dass wenn du da klickst, also... ... springend ruckst, dass du dann in die falsche Richtung lospasst und nachgierst. Schaut cool aus. Es bietet Pismutkristalle. Das ist doch der Roboter von Doom. Nein, das ist doch schönes. Keine Ahnung. Das ist nur was der Kanzel demandet. Dann werde ich dich erinnern. Ich bin bereit. Was ist dein Name, Droid? Ich bin ZNA-4, natürlich. Wie kann ich die Ordnung? Z. Tell me how to navigate the Kobo Abyss. Ich habe keine Informationen über das in meinen Bankenbanken. Master Kree, Sie wissen, die Republik hat eine voll-scale Evacuation-Order gestellt bekommen? Ich bin. Das ist deshalb habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für Sie. Jesus. Schöpfl Dart mit Götis. Use that, to open the forest array. Travel underground. Stop for no one. That is an order, Zee. Am I not coming with you? No. The key to Tanelor is in that array. If you do not hurry, I fear it will be lost forever. May the Force be with you. I think this droid has been here for hundreds of years. Deck you, we're good. Something's very wrong. Is your name Zee? Yes, it is. How are you? Oh, no! I'm trapped. I've been trapped for... How long has it been? I'm Kel. This is BD. We're gonna help you. Pleasure to meet you both. Some kelp would be most appreciated. Some kelp? No, no. The key to the Keepel, yes. Fair droid. This is the Space Portal-Dracid and at the end... Thrawn wants to talk to us about art. Wie war das von Thrawn so gewohnt ist. Ich denke, nach so vielen anderen Jahren, wer wirklich weiß? Der Droid hat mehr als Schrooge. Was war das? Ich habe gesagt... Hold tight, Z. Oh, ja. Oh, ja. Das flagrant Breach of Protocol... Ja, so der kleine Fakt, dass die Order nicht mehr existiert. Und so Space-Lappen wie Luke, die Axt Skywalker, dann versuchen werden, das irgendwie hinzutapen. Feinheiten. Feinheiten. Und dann gibt es natürlich dann so Post-Order-Yedis wie... Oh Gott, wie heißt der noch gleich? Unser absoluter Held von Jedi Knight. Was? Ich spiele... Ein Katan? Ja! Hey, die Axt voll Katan. So, irgendwas miss ich hier. Warte mal. Ja. Wenn die da runter springen, dann kommen wir weiter. Weil das Äffchen zieht die Kiste. Mhm. Okay, die paint. Auch jetzt ist es auf Workbench, wo da mein, wo mein Poncho ändern konnte. doch doch das ding dort also diesen den poncho muss der ist freischalten gibt es da muss dann was verlegen ja ube tactical hätte aber den den escape drauf aber was haben wir gelernt das war den droiden da zu einem großen kronleuchterteil witzig bewegt ist ja trotzdem Du schon. Irgendwelche mechanischen Probleme? Erstmal festschmeißen. Der Kiebel ist wunderbarer Wirt. Aber was wolltest du erwarten, wenn die Memory Banks gekammt wurden, oder? Ja, ich weiß, wo wir sind. Eine Meditation-Chamber. Master Kree designed mich um Jedi zu trainieren. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht, was er macht. Aber Master Kree hatte eine wunderschöne Meinung. Du kennst sie, Kal? Ich kann nicht sagen, dass ich das mache. Aber ich glaube, dass sie dich liebte. Ich muss hier rauskommen. Ich muss hier rauskommen. Ich bin sehr froh, dass du mitgebracht hast. Ja. Du könntest hier immer wieder rauskommen. Perk acquired. Ah, ja. Ah. Okay. Kann ich Perks so ändern, oder? Perks? Ah, ja. Blockmeter kostet. Blockmeter ist erhöht. Okay. Okay. Dann kannst du es irgendwo am, äh, beim Medizieren. Ja, gut. Das macht Sinn. Ja, so. Der nächste Terminatus. Das sind zwei... Sind das zwei Jawas, die sich um einen Fuß streiten? Ja. Das reduziert Jawas auf... Das ist wichtig. Das ist die letzte Mal, dass ich hier bin. Und der Schnee war voll von Meteorien. Und der Schnee war. Ich habe lange verliebt, habe ich nicht, Kal? Ja. Ja. Nein, keine Angst. Du bist nicht allein. Ich werde dich zurück auf deinen Steinen. Du kannst nicht ein richtiger Steine tragen, aber... Er ist ein Jedi, der mannt, dass der nervigste Charakter im Universum das Richtige tut, also shut up! Was ist denn das für schöne Zeit? Ich bin der Händler! Bane, kann ich da jetzt für einen Rabatt ein kleines Interview geben? Er sagt, das ist mein Favourite Shop von der Citadel. Oh nein! Nein! Dein Rambo! Nein! Nein! Es wird ja immer schlimmer! Also die aller Scheiße! Das ist der Luke! Oh mein Gott! Ja! Wie hat der Wrestler noch gleich hasen? Hulk Hogan? Nein, nein, ja auch! Ja doch wohl, Hogan! Bisschen Hogan! Mit den Haaren? Oh Gott, wie hieß er denn? Wurscht! Gottes Willen! Du kannst dir ja da... Alter, den Hulk Hogan, der ist schon hart! Was ist denn? Musiktracks! Okay! Outrider, das hast du nur durch irgendeine Mandalorian geklaut! Scheiße! Das hat was! Scheiße! Das hat echt was! Sollte es mit diesen Peer Richards! Yep! Jetzt bin ich... Jetzt bin ich... Hehehehe! Da gibt es richtig lustige Sachen! Ja, schau! Bist du depper! Das war... Das war... Das war... Also der hat schon... Also der hat trainiert! Aber der ist vom Training her ungefähr auf meinem Niveau! Was die Oberarmen angeht! Ah, das Bild von gestern, das der Heider gemacht hat! Alter Schwede! Ja! Ja! Träbst du dir deine Haare und dein Bart orange? Ja! Warum eigentlich nicht? Hehehe! Hehehe! Den Körperbau von ihm hätte ich sogar! Hehehe! Man, das 6-Bank gefällt mir wahrscheinlich aber... Mein Gott! Der hat immer so! Kannst du dir dein Lichtwert in Custom zusammenbauen so wie du's willst? Boah! Ich glaub das mach eh! Hehehe! 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 Großer Freund! So! Hehehe! Ah, yes! Brauch ich die? Nee, eigentlich nicht! Nee, brauch ich auch nicht! Guti! So! Jetzt will die Sally! Schnell abhören! Oh! So! Das sind schon 10er und Mung muss hier arbeiten gehen! Yay! So! Irgendwas mit Hype! Wenn ich ein Raumschiff wäre, würde ich an so'n Platz dann parken! Ja! Geh da jetzt hin, wird der Weg blockiert sein! Wahrscheinlich auch! Ja! Ja, die Oberarme frei finde ich, die schaut gar nicht so schlecht aus! Jetzt müssen wir dann irgendwie in den Hosen finden, die paar Zeuglassen! Ja! Vor allem das Trainingsshirt, wenn du keinen Pullover anhat sozusagen, Ja! Dann siehste, dass das Trainingsshirt von Luke auf Dagobah! Nice! So soll es sein! Hm! Hm! Ja, ich schau jetzt einfach mal, wo ich dann geh! Weil ich es kann! Nein, du bist überhaupt nicht da! Oh, guck mal! Eine Vogel! Servus! W calendar! Ist doch so! sont Sie! W-w-w? W-w-w-w-w-w-w! Ich bin Kal! Ich bin Kel, das ist BD1. Meine Mannschaften-Mam, ich bin Scooby-Stev. Scooby-The-Fisher, bin ich. Ich weiß, es gibt ein Fisch-Tank in Pailun Salon, wo ich ein paar Worte benötigen kann. Pailun Salon?! Das ist ein Wetter-Infester-Water-Inkel, da in Yon Valley. Alles klar, alles klar. Alles klar. Ah, gut, twist mein Arm. Ich mache es. Vielleicht in der Salon, und ich will diesen so-called... Tank. Nice! Du kannst doch weiter mit ihm reden. Das ist toll. Fisch, hm? Das ist richtig. Ein unmögliches Fisch. Kein Fischer in der righte Minde würde so ein quarrelsome Foe. Kein Fischer, aber Scooby-Stev. Und Platsch. Ah, Fisch. Okay. Das ist witzig. Wir werden es später mal anhören. Hup, da gibt's Gloom. Ich habe dich, Shanna! Danke. Also Steph erzählt, an jeder der Position war, ein Fisch fängt dann immer ein Stück von seiner Lebensgeschichte. Na, so war das mit dem Klettern, okay. Ja. Steph klingt lustig. Du suchst jetzt Meditation-Fold zum Speichern. Hier. Da ist er. Meditate, sind es? Warte mal. Ah, Bergs. Ah, Equipberg. Equipet. So. Sind es? Was ich denk? Sinds? Was ich denk? Sinds? Ja, Wie? Ja. Ja. Warte mal. Was ich denk? Was ich denk? Das ist so. Die Gude. Die Gude. Die Gude. Authorized. Der hat an dem Witzige an Teil denken. Die Gude. Tja. Auf Flachbleed, ne? Blech, 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 blech. Was nur viel wichtiger wäre, ist warum gehts da nicht auf? Ja, das müsste vielleicht irgendwann so zweiter Story sein. Ach, die Diles. Scheiß Fongel. Alter, wie gut war das grad. Schön. Ja, dann wär jetzt aber. Aber wie gut das jetzt mal. Jo, spring mal da rüber, zuck, tot. Ja, wie jetzt? Das war echt gut. Ja. Ja. Rest ist der Speicher, ne? Generell, sobald du ein Meditation folgt bist, speichert er. Ja, genau. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 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 Auf.